Freunde des Gruselhorror-Geschäfts, ihr wisst schon Hey! Amster ist am Start, wir zocken weiter Amnesia Was war die Aufgabe den Fahrstuhl zum Laufen zu kriegen, ne? Krass alter, da ist auch noch ne Statue von ihr Riesengroß alter Okay, kann man gar nichts machen? Achso, hier sind wir reingekommen, wa? Ah, macht Sinn Aber wo ist denn jetzt nochmal ein Bereich, wo wir was machen können? Wir gehen erstmal wieder runter, glaube ich So Leute, wir sind wieder in diesem Raum angekommen Aber ich bin mir sicher, dass wir Hier irgendwas machen können Wir müssen ja einfach nur den anderen Fahrstuhl zum Laufen kriegen Also irgendwie das Kabel Hier durch, vielleicht Guck mal Irre Ah Ah Ja, irgendwie seht ihr das manchmal ein bisschen tricky, ne? Tarsi 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 T ripping Tarsi Tari da auf dem fahrschuh hank junge so was macht man noch nicht halt man kann ja nie wissen hey die weiß wo wir sind nein 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 ich dachte ich kann es verhindern aber das war storytechnisch so vorgegeben Leute da kann man sich nicht verstecken jedes mal verwandeln treibt uns ein bisschen näher an den rand des wahnsinns aber wir hatten auch nicht einmal auf dem bildschirm du bist gestorben oder sowas es ging immer voran oh god oh god oh god oh god oh god oh god ja warte mal ist doch genau da wo wir lang gelaufen sind oh man sooo ahja ja und jetzt bitte nicht wieder abstürzen drückt die daumen wäre ehrenhaft oh god oh god das ist so ich komme ich komme riesige stadt ist das ok let's go vielleicht bosskampf man weiß nicht schlagen wir uns jetzt ein bisschen oder schießen mit ak's wer weiß fahren mit panzern rum fliegen mit flugzeugen wer weiß ich weiß nicht ein portal schon wieder paris wir müssen noch mal ein behälter sammeln krass krasse tempelanlage auf jeden fall leute also spiel ist wirklich nice sehr schön sehr viel spaß gemacht wow wow gut tough what the fuck what are you have no fear Tarsi REAL tät i have no wish to hurt you or your child then let us go with the portal i can take hur home Sie werden sterben. Sie nicht erinnern? Die Kindheit wird mit einer Sickness geboren. Sie wird sie zu nichts verraten. Hier, mit mir, sie kann leben. Hier gibt es Hoffnung. Nein! Nein! Ich kann etwas tun. Doktor in Paris... Sie wissen, was zu ihr ist. Herr Minister, die Krankheit ist zu tief. Sie will always need Vitae to live. Und du hast nicht das Herz, um es zu kreieren. Entschuldigung. Ich werde dich zu ihr. Ok. Ich hab's. Ich habe die Kindheit in dir gesehen. Nur ein Gehirn. Aber ein Gehirn. Ich konnte sie nicht sterben. Ich habe die Vitae mit ihr gezogen. Ich habe dich auch her, damit sie zu sein. Ich habe dir gesagt, dass V-Tide ihr Leben geben würde, aber dass sie hier hier bleiben muss. Du hörst nicht. Du würdest nicht ihr aufgeben. Du wirst im Dessert sterben. Ich hatte keine Wahl, aber um dich zu etwas zu machen, das ich kontrollieren könnte. Ich würde sie interessieren. Ich könnte die Mutter sein. Schau dich, Tazie. Du bist eine Harvester. Soon, dein Geist wird nichts, aber Hunger. Du kannst nichts mehr für sie. Aber ich kann. Du musst, dass ich ihre Mutter sein werde. Hier. Amarie! Ich bin hier. Ich bin hier, mein Herz. Ich habe dich. Mama ist hier. Es ist all right, little one. Es ist all right. Oh, God. Look at us above. How did we get to this? If we try to go home, can I find a way to keep you safe? Or will it be Alice all over again? But to leave you here, with her, and all of those things that they have to do to keep her alive, what are we to do? Hush now, lullaby. Close your eyes, for sleep is coming. Hush now, lullaby. Mama, Jesus, don't you cry. I know. I'm sorry. Amari. Tja, we could have seen a few legs here. This is it, Amari. Papa. If I let you down now, I may never see you again. I'm sorry, Amari. Here. You have a chance. Here. You will have a life. Cool, that you have the other one. Oh, my God. 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 You will need it again. Thank you, Tassi. I will protect her. I will love her. I am sorry, what this was your path, Ein Harvester. Ein Harvester. Das kann jetzt aber nicht das Ende sein, oder? Doch, das ist das Ende, Leute. Okay, Freunde, also es gibt hier offensichtlich verschiedene Enden. Moment. Also wir hätten im Laufe des Games einiges anders machen können, als wir es gemacht haben. Beispielsweise den Typen hätten wir foltern können. Da schaut ihr einfach mal auf YouTube. Nach diesen Enden, beziehungsweise auch nach dem Ende, das wir jetzt nicht gemacht haben, das werde ich jetzt nicht nochmal, ich werde wahrscheinlich keinen Spielstand mehr herstellen können. Wo wir das alles nochmal rückgängig machen können. Und ich werde es auch nicht nochmal zocken. Also Leute, haut rein in den DM-Stars. Ciao.